Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Im Jahr 1998 hatte die Band Go-Go-Dolls mit Iris ihren größten Hit. Darum geht es hier aber nicht. Wir reden stattdessen über die Drive-Away-Dolls. Und damit Hallo zur Besprechung von Drive-Away-Dolls. Diese unglaublich tolle Einleitung ist mir so zugeflogen. Die war relativ spontan und es ist der Beweis, spontan passieren einfach immer die besten Dinge. Absolut. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Besprechung schon länger geplant ist. Deswegen mal gucken, wie sie verläuft. Hallo Timo, hallo Schlag. Hallo. Hallo Stu. Ihr Lieben, Drive-Away-Dolls ist ein besonderer Film. Zumindest, wenn man sich ein bisschen mit dem Werk der Kohn-Brüder auskennt. Denn während Joel Kohn jetzt schon ein, zwei Solo-Filme gedreht hat, hat Ethan Kohn bislang immer, ja, sich Füße stillgehalten und kommt jetzt mit seiner ersten Solo-Regie-Arbeit, Drive-Away-Dolls, den er zusammen mit seiner Ehefrau Trisha Cook geschrieben und vermutlich auch ein bisschen inszeniert hat. Ich glaube, so ganz alleine hinter der Kamera kann der Mann dann doch nicht. Habt ihr vorher schon was davon gehört? War euch bewusst, dass das ein wichtiger Film ist, weil es sein Solo-Tribü ist? Oder war es einfach nur ein Film von vielen? Schlag, wie sieht es bei dir aus? Also ich wusste, dass es was mit Coen zu tun hat. Ich hatte aber keine Ahnung von der Geschichte von den beiden. Also das ist jetzt der erste von ihm ist. Mir war einfach nur der Name Coen ein Begriff und deswegen war ich neugierig auf den Film. Okay, Timo, bitte beweise zumindest du, dass du Cineas bist. Das weiß ja jeder Hörer und jede Hörerin des Tele-Stammtisches, dass ich das nicht bin, weil ich ja so einen ganz merkwürdigen Geschmack manchmal habe. Ich hatte Bock auf Drive-Away-Dolls, weil ich im Gegensatz zu Schlogger ja ab und zu doch mal einen Trailer gucke und den ja sogar echt gut fand. Den haben wir irgendwie mal auf Sendung, glaube ich, gehabt. Und da hat er mich so gehabt, dass ich mir den auch wirklich aufgeschrieben habe, wann der läuft. Dann wurde er ja eine ganze Weile nach hinten geschoben. Das hat mich schon mal enttäuscht. Aber ich hatte richtig, richtig Bock. Also ich war heiß wie Frittenfett auf diesem Film. Ging mir ähnlich. Also ich hatte auch wirklich Bock auf den Film. Und jetzt kommt er ja am 7. März in die deutschen Kinos. Wir konnten ihn sehen. Wir werden ihn jetzt besprechen. Bevor wir das tun, müssen wir aber kurz auch noch erklären, worum geht es denn in Drive-Away-Dolls? Und wir wollten eigentlich vor der Aufnahme ausmachen, wer die Synopsis macht. Jetzt haben wir es aber nicht gemacht. Doch, ich tue es. Ich tue es. Lass es mich tun, bittest du. Ich mache das. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Bitte. Wie so ein Schüler, den Arm nach oben. Der Lehrer sieht sich nicht an. Schlogger, mach du mal. Mein Herz bricht. Nein, ich mache das jetzt einfach. Und zwar, nachdem wir hier ein ganz kurzes Intro mit Petro Pascal haben, der einen mysteriösen Koffer trägt, geht dieser Film eigentlich um Jamie und Marion, die ein Auto nach Tallahassee befördern sollen. Beziehungsweise sie wollen nach Tallahassee und machen das, indem sie ein Auto dann einfach dahin bringen. Und dieses Auto und der Koffer, die hängen irgendwie zusammen. Und auf diesem Roadtrip, den sie von dem Ort, wo sie gerade sind, keine Ahnung, welcher das ist, bis nach Tallahassee, diesen Roadtrip wird dieser Film begleiten. Und wir werden auch noch erfahren, was in diesem Koffer ist. Und vielleicht hat dieser Film auch sehr viel mit Queerness und mit Sex zu tun. Was genau das sein wird, werden wir jetzt noch besprechen. Aber das ist so die grobe Synopsis. Synopsis mit diesen beiden und einem Koffer auf dem Weg nach Tallahassee. Vielen Dank. Drive-Aware-Dolls soll der Anfang einer geplanten Trilogie sein, die Ethan Coen und Trisha Cook, ihre Ehefrau, geplant haben. Und das große Themengebiet soll wohl sein, Lesbian B-Movie, also ein lesbischer B-Movie. Und ich finde, dass Drive-Aware-Dolls an sich hat alle Aspekte eines B-Movies. Und es geht darum, dass halt eben Lesben im Zentrum stehen. Das ist also schon mal geglückt. Ansonsten muss ich jetzt schon mal sagen, ich fange gleich mal direkt an. Für mich wirkt Drive-Aware-Dolls wie ein Film, der von einem Regisseur gedreht worden ist, der die Coens total geil findet und versucht zu sein wie die Coens, aber es nicht schafft. Ja. Und das ist dann echt der Coen. Ja, und dann muss ich noch einen Punkt ergänzen. Er scheint auch von zwei MacherInnen zu sein, die denken, so sind lesbische Frauen. Also, so sind queere Frauen. Ich glaube sogar, dass unsere Kollegin Lida sowas ähnliches schon im Berlinale-Podcast oder so gesagt hat, als sie über den, den mit Kristen Stewart gesprochen hat. Ich habe leider den Titel vergessen, wie er heißt. Law Flights Bleak. Ja, genau. Und dass sie da gesagt hat, dass der wunderbar ist und im Vergleich zu Drive-Aware-Dolls halt nicht so wirkt, wie jemand, der sich vorstellt, so sei lesbische Liebe. Denn das ist so einer meiner größten Kritikpunkte, neben vielen anderen Dingen, dass man hier wirklich das Gefühl hat, dass hier ein, und das muss ja nichts Schlimmes sein, ich bin selber heterosexuell, aber man hat wirklich das Gefühl, dass hier zwei heterosexuelle Menschen sich überlegt haben, oh, guck mal, so ist das bestimmt, wenn man lesbisch ist. Und das finde ich als Prämisse irgendwie ein bisschen wenig geglückt, weil der Film dann auch so von verschiedenen Sachen und verschiedenen Dingen eine Wirkung entfaltet, die bei mir so ausgelöst hat, dass es so ein Versuch, the best of Cone zu machen, aber in ganz, ganz zackig, ganz, ganz schnell und nicht in der Qualität, wie es früher so der Fall war. Ja, und wie stellen sich denn heterosexuelle Lesben vor? Sie sagen ungefähr alle fünf Minuten, dass sie lesbisch sind. Sie betonen es sehr stark. Dann haben wir eine der beiden, Jamie, die auch sehr sexuell aktiv ist, beziehungsweise alle Frauen und sehr viele davon sind lesbisch in diesem Film, wollen auch andauernd Sex haben. So sehr, dass sie sich auch Dildos an die Wand schrauben. Und noch mehr, also sehr übersexualisiert, sehr oft Sex und es wird sehr oft betont. Ja, so ein bisschen das weibliche Gegenstück zu aufreißern. Und ich weiß halt nicht, weil ich in der queeren Szene nicht so drin bin, ob das ein realistisches Abbild ist, weil das wirklich schon eher so wirkt, also gerade die Jamie wirkt halt wie so ein männlicher Typ, der halt jede knallt. Und die ist ja, finde ich, nicht anders in diesem Film dargestellt. Und das fand ich so, das ist ja nichts, also es ist ja nicht, wenn das bei einem Kerl so ist, ist das ja früher so quasi der, so der Til Schweiger gewesen, der auch irgendwie so ein Halodri ist, der auch jede Frau rumkriegt. Und das findet man da irgendwie, oder fand man da anscheinend immer geil. Ich fand es damals schon bei ihm oder bei Männern, bei Mellin-Darstellern nicht so ganz so realistisch. Grüße an dieser Stelle an James Bond. Aber hier finde ich es halt wirklich, es wirkt total aufgesetzt. Dazu kommt bei der Jamie auch noch der Punkt, dass die so ein, ich kann diesen südstaaten-texanischen Akzent nicht mehr hören. Also schöne Grüße an. Genau, wir haben auch Englisch gesehen, ne? Ja, schöne Grüße an hier The Walking Dead und vor allen Dingen auch an Ted Lasso. Seitdem kann ich, also da ist es noch witzig und gut. Hier ging es mir sehr, sehr schnell auf die Eier. Ja, und nochmal zu dem, wir kritisieren hier, dass sie so übersexualisiert ist. Und klar, ich habe während des Films auch gedacht, okay, darf ich die Kritik jetzt haben? Weil wenn es jetzt ein Mann wäre, würde ich dann auch so denken. Aber ja, da würde es einen auch stören, so wie du, Timo, gesagt hast. Es soll hier wahrscheinlich zu dem B-Movie-Aspekt gehören. Aber mit der Kombi, dass sie eben dauernd betonen müssen, dass sie Lesbis sind, ist das irgendwie dann alles sehr überzogen. Ich fand dieses charakliche Überzeichnen gar nicht mal so schlimm. Was mich halt mehr genervt hat an dem Film ist, ich fand den halt einfach nicht witzig. Ja, das ist halt der nächste Punkt. Also da steht ja, wir müssen, wenn ich Artikel schreibe, muss man ja immer das Genre angeben. Und da kann man ja dann zum Beispiel jetzt sagen, das ist eine Komödie und das ist vielleicht ein Krimi und vielleicht ein Actionanteil noch drin. Aber es funktioniert ja so, finde ich, gar nichts da drin. Also weder der Thriller-Anteil noch die Action, also die spärlich eingesetzte Action ist halt auch nicht gut inszeniert. Und wo er komplett für mich versagt, also ich stelle folgende These auf, ich glaube, man braucht für Drive-Aware-Dolls doch vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk alkoholischer Art, was keine Aufforderung zum Trinken sein soll. Aber ich glaube, dann funktioniert der Film besser. Also das befürchte ich. Und das ist natürlich Gift für uns, die so einen Film um 10 Uhr morgens gucken. Das ist keine gute, also nix für den Filmjournalisten, in Anführungsstrichen. Da kann man einfach da nicht, man kann sich ja nicht einfach drei Pilze mitten am Tag reinschrauben. Ja, aber auch generell, du kannst doch nicht, ja, welcher Film ist denn, solltest du bewerben mit, okay, trinken Sie, hauen Sie sich drei Pilze rein, dann ist er geil. Bierfest. Ja, okay. Zone of Interest. Zone of Interest? Wie bitte? Das gibt Kommentare, das finde ich gut. Und das war ein Witz, liebe Macher von Drive-Aware-Dolls, der sein Ziel erreicht hat. Es haben, ich glaube, Schlaggert hat auch gelacht. Ja, ich habe, es war so ein, so ein Lachen war das. Ja, du hast schon gesagt, Timo, der Film ist nicht gut inszeniert, das heißt, es ist visuelle, aber der Film ist auch vom Storytelling her völlig all over the place. Die Geschichte ist einfach scheiße erzählt. Insofern scheiße erzählt, als dass auch da es völlig mit dem Genre hin und her wechselt. Dann sehen wir mal, dass da eine Geschichte erzählt wird, Schnitt dazu, komisches nächstes Bild. Dann wird da irgendein Gefühl geweckt, was aber gar nicht zu der Szene passt. Dann haben wir hier kurze halluzinatorische Einblendungen und da ist wieder irgendwas. Also irgendwie hat der, der hat für mich einzelne Puzzleteile gehabt, die an sich schon irgendwie gut waren, aber zusammengewürfelt waren, als hätte da jemand beim Schnitt gewürfelt, so ein bisschen. Oder beim Drehbuch schreiben. Ja, also ich muss ja das, was ich vorhin mit diesem Worst of Cone-Brüder genannt habe, ja ein bisschen ausfüllen und da passt das jetzt ganz gut, was du sagst. Also wir haben hier ein, es ist kein Killer-Paar, aber wir haben zumindest zwei Männer, die dann Jagd oder diesen beiden Mädels, also dieser Jamie und Marion, hinterherfahren. Und da kommen natürlich so leichte Fargo-Vibes auf, weil die auch so ein bisschen spleenig, skurril sind, aber die sind halt keine, wirklich nicht eine Sekunde bedrohlich. Zeitsprung, gegen Ende des Films gibt es eine Szene, wo einer der beiden Dinge tut, wo man denkt, das ist jetzt vielleicht skurril, grotesk, es soll lustig sein, aber man denkt sich, was macht er denn da gerade? Also was soll das denn gerade? War noch der einzige Cone-Aspekt, den ich so richtig, der mir dann ein bisschen gefallen hat, so, ja, sowas erwarte ich manchmal. Okay. Sowas ein bisschen, sowas Unerwartetes, was dich ein bisschen überrascht, das habe ich dann einfach angenommen, das fand ich dann so gesehen eben ein bisschen cool, aber wie du schon sagst, es ist nicht gut eingebettet, wie sie es früher, oder wie es ein anderer Cone-Film dann eben macht. Es wirkt auch so ein bisschen wie, ah, das machen wir jetzt schnell auch noch, so ungefähr. Ja, also dieses Killer-Pärchen war auch für mich so einer der wenigen Aspekte, die ich, mit denen hatte ich Spaß, ich mochte auch ihren Chef, Coleman Domingo, der ja auch eine kleine Rolle hat, die auch so eine gewisse Ausstrahlung besitzt, aber ansonsten fand ich die Figuren, die auftauchten, echt immer mehr nervig, als unterhaltsam, diese Margot Crawley und diese Geraldine Viswanathan, oder wie sie heißt, ich habe das ja wahrscheinlich, egal, die haben für mich auch keine besonders gute Chemie. Nee, überhaupt nicht. Bini Felsteen darf mal kurz auftauchen, ist auch mehr so ein Comic-Relief und ich finde es ja okay, wenn der Film, der Film weiß ja, was er will, er will ja wirklich ein B-Movie sein, er will überzeichnet sein, sei es drum, kann er gerne machen, aber dann muss er halt irgendwas erzählen, was mich auch irgendwie mitnimmt und es war mir halt irgendwann alles egal und der Film, das haben wir noch gar nicht gesagt, der geht halt mit Abspann gerade mal 84 Minuten, er fühlt sich aber trotz allem sehr viel länger an. Ja. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, nee, also aus meiner auch, ich habe wirklich bei diversen Dingen gedacht, wie lange haben wir denn jetzt noch? Der geht doch nur 80 Minuten brutto, wenn wir den Abspann wegnehmen, aber es zog sich wie Kaugummi, da kommt dann auch noch dieser Aspekt rein mit diesen psychedelisch angehauchten Zwischenspielen, in denen dann... Die einfach nur scheiße aussehen. und da kann mir keiner, kann mir keiner sagen, das muss so sein, weil es ist B-Movie, nee, auch B-Movies haben ihren Stolz. Und es macht es auch nicht besser, dass eine berühmte Popsängerin, milder Spoiler, falls ihr es noch nicht wusstet, oder Pause... Nee, sieht man im Trailer, glaube ich. Ja, guck mal, wenn sie im Trailer sieht, also ich musste halt meinen Nachbarn, meinen Sitznachbarn fragen, ist das Miley Cyrus? Und ja, es ist Miley Cyrus. Ich habe das nicht verstanden, auch da wieder, bei The Big Lebowski sind diese Zwischenspiele halt inhaltlich auch eingebettet, da passen sie und sie sind sogar visuell auch deutlich stärker inszeniert. und auch das funktioniert hier nicht. Ein letzter Aspekt, wenn ich meine Worst of Cone nehme, es soll ja alles so um die Jahrtausendwende spielen, sprich 1999, Präsidentschaftswahlkampf, Gore gegen Bush und man kriegt halt zweimal so ein bisschen mit, ach ja, stimmt, das ist ja gar nicht jetzt in der Jetztzeit, sondern das ist ja 1999. Ansonsten ist das alles völlig egal. Selbst beim Dude wusste man, okay, das Spiel während des ersten Golfkrieges, also in den Anfang der 90er, 1991, hier ist alles, ich finde es wirklich alles so ein bisschen von sich selbst geklaut, aber nicht wirklich gut geklaut. Ansonsten bin ich immer fein damit, wenn Leute irgendwie sich was zusammenklabustern, bevor sie sich was schlecht selber ausdenken, aber hier ist es halt wirklich ohne Esprit und Fortun gemacht. Ganz, ganz schade, weil wie gesagt, ich hatte Bock auf den Film. Ich will mein Wortspiel jetzt noch hier reinbringen. Das hier sind eher Klabusterbären, demnach. Ja? Das war jetzt Drive-Away-Dolls-Niveau, Schlager, das, ich muss dich warnen, noch ein Mehr davon und das gelesen bin. Ja, reingequetscht, schnell, Entschuldigung. Was ich auch als, also, es gibt diesen Film von den Kohlenbrüdern Burn up the Reading, den auch viele nicht so geil finden. Ich finde ihn großartig. Ich mag genau. Das ist ein famosen Gag, wo man sich immer fragt, was baut George Clooney eigentlich im Keller? Und dann kommt der große Reveal und es ist ein sensationeller Gag. Und wenn ihr den lustig fandet, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, worauf Drive-Away-Dolls abzielt, nur nicht lustig und nicht wirklich überraschend. Als dann endlich herauskommt, worum es eigentlich geht, das wollen wir jetzt hier nicht verraten, wirkte es auf mich nicht komisch. Das war, das wirkte so, ja, so ein bisschen wie bei keinem Pardon. Dann ist es nicht lustig, das ist einfach noch plump. Ja, und auch die, wieder die Inszenierung und das Storytelling, wie ihr erzählt wird, was in dem Koffer ist. Es ist völlig antiklimatisch, antiklimatisch. Es ist eine ganze Zeit ein Geheimnis, was da drin ist. Dann ist so eine Szene, wo man nicht wusste, soll man es jetzt wissen? Und dann weiß man es einfach. Also es ist ganz schlecht erzählt. Und das, was mich ein bisschen nervt, ist, ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten darüber geredet, die den Film auch mochten und die sagten immer, ja, aber es ist ja ein B-Movie. Ja, aber ein B-Movie ist ja keine Ausrede dafür, wenn etwas so antiklimatisch ist, dass es dir letztlich vollkommen egal ist. Das hat mich, ich war ein bisschen, also ich will ehrlicherweise sagen, fassungslos und ich bin mir auch unsicher, ob Ethan Coen das vielleicht absichtlich gemacht hat, weil er auch ein bisschen Spaß hatte, auch mit den Erwartungen zu spielen, auf so eine ganz, ganz üble Art und Weise. du meinst so ein kleiner Rian Johnson subverting the expectations, so eine Nummer? Ja, 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 aber dann halt so richtig so auf der Coen Art. Eine Sache hätte ich noch, wenn ich gerne mit euch reden möchte, und zwar, weil der Kollege Timo ja auch hier ist. Timo, wir hatten schon mal das Thema bei Expendables 4, wir hatten es auch mal jetzt letztens bei Argyle und wir müssen es jetzt auch hier wieder ansprechen. Ich finde zwar, dass der Film jetzt nicht so groß mit Pedro Pascal und Matt Damon wirbt, aber er wirbt mit den beiden. Und das kann man, glaube ich, verraten, wenn ihr Fans der beiden Darsteller seid, macht euch darauf gefasst, die haben insgesamt eine Screentive von drei Minuten zusammengerechnet. Findet ihr das störend, dass die so wenig dabei sind? Wart ihr überrascht, dass sie überhaupt dabei sind? Oder hattet ihr das Gefühl, ja gut, das ist so typisch Freundschaftsdienst, aber mehr auch nicht? Also ich kann da ja gar nicht mitdrehen richtig, weil ich den Trailer ja nicht gesehen habe und ich wusste, dass die damit werben. Das war in dem Fall dann ganz nett. Ich meine, Matt Damon taucht ja gefühlt in jedem dritten Film auf, deswegen ist man da nicht mehr so überrascht, aber ich fand es trotzdem nett und ich war dann auch dementsprechend nicht enttäuscht, dass Pedro Pascal nur so kurz auftaucht. Das war für mich dann in Ordnung. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen und war dann aber traurig, als er dann wieder weg vom Bildschirm war sozusagen. Das ist ein bisschen das Problem meiner mittlerweile doch manchmal etwas nachlassenden Erinnerungen bei solchen Dingen, wie ich habe mal einen Trailer in einem Format gesehen. Ich wusste es nicht mehr, dass die beiden mitmachen. Ich habe es da natürlich in der IMDb oder Letterboxd Besetzungsliste gesehen, ich weiß nicht mehr wo und dann habe ich mich erinnert, dann war so, ah ja, ich glaube, die waren da im Trailer auch mit drin. Mir war das tatsächlich egal, weil ich auch kein Matt Damon Ultra bin oder irgendwie Pedro Pascal abfeiere. Dennoch, weil du ja auch die beiden Beispiele Expendables 4 und Arger genannt hast, ist das schon für diejenigen, die, und wir sind ja im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sprich in Amerika, wo dieser Film entstanden ist, da gibt es gerne mal Klagen für False Advertising und da könnten schon der ein oder andere oder die ein oder andere Person denken, ich wurde ja doch mit Pedro Pascal und Matt Damon wurden mir versprochen, wieso sind die da nicht die Drive-Away-Dolls in dem Film und deswegen mutig, ich glaube, Schlogger hat es richtig zusammengefasst, das sind so Freundschaftsdienste, Pedro Pascal ist ja auch gefühlt momentan irgendwie sehr omnipräsent, deswegen ist das natürlich, ich meine, du kriegst ja vom Aufbau her in der ersten Szene weißt du ja, was mit Pedro Pascal passiert, das muss man sagen, was Matt Damon dann im Film macht, das verraten wir an dieser Stelle jetzt mal nicht, aber auch der ist halt sehr limitiert in seiner Screentime und ich fand das nun wirklich, das war für mich fast das geringste Problem von Drive-Away-Dolls. Ich finde es halt schade, wenn eine Komödie nicht lustig ist. Also ich muss hier nochmal kurz eine kleine Lanze brechen, bevor wir gleich zum Fazit kommen. Nein, wir machen jetzt hier Schluss. Mir wird über den Mund gefahren. Vielleicht muss ich auch lauter sagen, dass ich eine Lesbe bin und dann wird mir gehört, nein, es ist völliger Quatsch, was wollte ich damit sagen? Ich wollte noch kurz hier einwenden, also das ist, so sehr ich jetzt auf dem Storytelling und vielleicht auch auf der Inszenierung rumgehackt habe, ich finde, das ist kein, es ist trotzdem ein Film, den man gucken kann, aber da eben. Man kann jeden Film gucken, liebe Schlöcker. Wie bitte? Man kann jeden Film gucken. Ja, man kann jeden Film gucken, wenn man die Augen aufmacht und das Hirn anmacht oder auch ausmacht vielleicht, aber ich fand so sehr mich, was ich ja schon meinte mit den Puzzleteilen, die Puzzleteile selbst sind irgendwie schon cool und es ist halt dann ein gut gemachter, also es ist ja kein, er sieht ja nicht ranzig aus, ein okay gemachter B-Movie und ich habe jetzt nicht, ich habe mich schon aufgeregt, dass der Film das Potenzial, was er hat, nicht ausnutzt, aber ich hatte für die paar Minuten, die er dann gibt, war es schon okay. Also es ist jetzt wirklich, es ist kein geiler Film, er hätte viel besser sein können und ich habe jetzt auch viel über ihn gemotzt, aber er ist nicht so scheiße wie andere Filme, die ich dieses Jahr schon gesehen habe. Nee, du hast ja auch völlig recht, also das klingt jetzt von uns natürlich auch sehr zugespitzt formuliert, aber ich sage es mal so, ich sage es nochmal, ich hatte wirklich richtig Lust auf den Film, das heißt aus mir klingt vielleicht die größte Enttäuschung, Stu ist derjenige von uns allen, der am meisten guckt, da heißt dann vielleicht auch einfach mal so, ich sage mal, in Geschichte sagt man immer der Neuigkeitsaspekt nicht so gegeben, das heißt, das haben wir ja schon alles mal gesehen und ich finde, es ist dann einfach keine große Leistung, wie das einige KritikerInnen dann feiern, dass man jetzt quasi bei den Cohn-Brüdern oder bei dann Ethan Cohn, dass man zum ersten Mal sieht, dass das Frauen machen in einem Cohn-Film, also dass Frauen die ProtagonistInnen sind, ich finde das dann einfach nicht eine wahnsinnig herausragende Leistung, dass man das irgendwie nach 35 Filmen in der Filmografie mal macht, sondern man müsste dann eher die Frage stellen, warum hat man das dann mal nicht früher gemacht, denn so wie es hier dargestellt ist, da kann ich dann auch ehrlich drauf verzichten, aber vollkommen zu Recht sagst du, das ist kein Scheißfilm, nee, das ist halt auch kein Scheißfilm, der Film ist nett und nett ist halt, manchmal nicht der kleine Bruder von Scheiße, sondern ist manchmal für den Film auch einfach nett, aber ist egal, ich habe schon fast wieder alles vergessen und das trifft für mich, also um auch so ein bisschen ins Resümee schon abzubiegen, das trifft es für mich bei Drive-Way-Dolls, ich fand den wirklich erschreckend unlustig, ich mochte die Inszenierung nicht so wahnsinnig gerne, wobei man ja immer merkt, dass so ein bisschen handwerkliche Fähigkeiten da sind, von den schauspielerischen Leistungen her ist das okay, aber hat mich gerade im Falle von Margaret Qualley wirklich oder Qualley hat mich wirklich irgendwann genervt mit diesem Akzent, die Geraldine Wiswanathan oder wie sie heißt, die macht das einigermaßen gut, aber es sind auch wenn ich jeweils in beiden Fällen eher undankbare Rollen, muss ich ehrlicherweise sagen. Meine Szenenstielerin war glaube ich die, ist es diese Beanie Feldstein, heißt die glaube ich? Ja. Die war lustig, die hat auch für mich den einzig halbwegs brauchbaren Dildo-Gag gehabt, mit dem Dildo an einem Haus, wie heißt es, an einem Türsturz und sie tränen überströmt und versucht den mit einem Akkuschrauber abzubohren, das fand ich so halbwegs lustig. Jetzt habe ich den besten Gag meiner Meinung nach des Films verraten. Sorry für Spoilern. Für mich war das halt echt eine Enttäuschung, würde heißen, ich bin mit riesigen Vorschuss-Lobbern rein, nee, ich war einfach, ich war von dem Film nicht angetan. Schlogger, hast du noch was Fazitmäßiges? Ja, also ich fand auch, ich fand, ich glaube ich hab's, ja, also der hatte Potenzial, hat es nicht ausgenutzt, sehr zerwürfelt, sehr zerfetzt, sehr chaotisch. Ich glaube aber, dass der schon Leute erfinden wird, die einfach ihren Spaß damit haben. Die gucken sich halt gern Filme an, der ist, hat wie Timo's gesagt hat, man sieht, dass das jemand gemacht hat, der eigentlich das Handwerk beherrscht, aber hier sich wahrscheinlich irgendwie gedacht hat, ich mach das jetzt mal mit links anstatt mit rechts, weil ich sonst Rechtshänder bin. So wirkt der Film ein bisschen. Ich bin, glaube ich, der Negativste von uns in der Runde. ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Film. Ich hab den in dem Anführungszeichen Doppelfeature gesehen mit Lisa Frankenstein. Ja, der ist genauso. Ein Film, der ich, genau wie Drive-By-Dolls, ich wollte diese Filme beide wirklich liebhaben, ich wollte sie mögen, es war mir nicht möglich, es ging einfach nicht. Und das mag jetzt hart klingen, aber von den, der ganzen Cone-Brüder, da tue ich jetzt alle Cone-Filme, ob jetzt Solo oder gemeinsam mit denen zu, ist Drive-By-Dolls für mich wirklich der Schwächste. Ich fand den wirklich noch langweiliger und unlustiger als sowas wie ein Unlocker-Härtefall oder eher Lady-Killers-Remax. Tut mir leid. Kein Film, wenn man ehrlich ist, der mich jetzt, also der zum Aufregen einlädt, aber wenn ich bedenke, wer da hinter der Kamera saß, und wenn ich bedenke, wer da vor der Kamera war, ist das Ergebnis für mich wirklich eine astreine und sehr, sehr große Enttäuschung und deswegen kann ich diesen Film und werde diesen Film nicht empfehlen, wenn ihr euch trotzdem im Kino angucken wollt, könnt ihr das gerne tun und auf dem Weg zum Kino könnt ihr Podcast hören, nämlich die vom Tele-Stammtisch, da könnt ihr gerne auch ein Like da lassen oder ein Abo oder was auch immer man da irgendwie machen kann, es gibt ja so viele Podcast-Plattformen, außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de da könnt ihr auch gerne drauf gehen, dann gibt es noch ein paar andere Ankündigungen, aber wisst ihr was, das übernehmen meine beiden Kollegen, ich sage jetzt Tschüss, dann darf der Timo noch was sagen und der Schlogger gebührt das letzte Wort, Tschüss. Ja, ich arbeite jetzt gerade an einem Comic-Buch zum Thema Kindererziehung und Kommunikation. Was ist das? Ja, cool, werde ich lesen. Und ich habe da, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe da eine Ghostwriterin und da freut sich, also meine Community freut sich darauf. Arg, wie der Schwabe sagt. Ich arbeite auch für eine Website, die nennt sich Filmsandwiches und da schreibe ich dann auch dafür. Ja. Oh Gott, jetzt ist alles durcheinander. Der Cross-Promotion habt ihr nicht so richtig drauf, ne? Ne, wir wollten aber einfach nochmal, wir nutzen die Zeit, wir haben jetzt in einer knappen, ich glaube es war eine knappe Viertelstunde, vielleicht 25 Minuten, haben wir schon, ich glaube, vier blitzsaubere Gags, das sind vier mehr als in Drive-Aware-Dolls. Und das Ende war in etwa so chaotisch wie auch Drive-Aware-Dolls ist und die Verabschiedung wird es auch sein, deswegen sagen wir jetzt einfach Tschüss, bis zur nächsten Besprechung. Ja, und Dildo hat euch lieb. Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.